Ja, hallo Leute, hier spricht WeAndy und ich habe leider eine schlechte Nachricht für meine Zuschauer. Mir ist da nämlich etwas ziemlich Dummes passiert und deswegen muss ich leider meine ersten beiden Let's Plays, Zelda Minish Cap und Metroid Fusion, pausieren. Der Grund ist nämlich, vor kurzem, ich glaube das habe ich erwähnt, da gab es so eine Phase, wo ich keine Videos hochladen konnte und ich konnte auch ähnliche Sachen nicht machen wie Videos abspeichern oder auch Bilder abspeichern oder Audiodateien und so. Das hing alles irgendwie zusammen mit irgendeiner Einstellung, die gemacht wurde auf meinem PC, die irgendwie das nicht mehr zugelassen hat, dass ich irgendwas abspeichern oder öffnen konnte über dieses eine Dateifenster. Naja, egal, ist das so kompliziert. Jedenfalls, ähm, ich wusste nicht, wodurch diese Umstellung passiert war und deshalb, ähm, war die einfachste Methode einfach ein älteres Backup meines PC-Systems wiederherzustellen. Und zwar, ähm, nur die eine Festplattenpartition, wo diese Umstellung wahrscheinlich erfolgt ist. Naja, ich weiß zum Teil selber nicht, wovon ich da rede, aber jedenfalls, ähm, die Dummheit, die mir passiert ist, ist, ich habe vergessen, dass auf dieser Partition, die wir backuppen wollten, also das Backup wieder draufpacken wollten, da auch, ähm, meine gesamten Let's Play Daten drauf waren. Tja, und das bedeutet nun, ähm, äh, wenn meine Aufnahmen nur weg wären, und das sind sie ja, ähm, das wäre ja nicht weiter schlimm, weil, dann könnte ich einfach weiterspielen und die Aufnahmen sind ja inzwischen auf YouTube, also, das wäre nicht so schlimm. Das Schlimme ist jetzt aber, meine gespeicherten Spiele sind weg. Also, ähm, also nicht komplett, ähm, es sind noch welche da, aber, ähm, diese Safestates sind schon, die liegen schon so weit zurück, also, wenn ich von da aus jetzt nochmal weitermachen würde, in Zelda wäre ich dann wieder bei Folge 21 und in Metroid wieder bei Folge 12 und das wäre irgendwie doof. Also, äh, ja, deswegen muss ich leider diese beiden Projekte unterbrechen. Ich werde sie hoffentlich wieder, ähm, fortsetzen irgendwann. Ich weiß, dass es auch Leute gab, die, die gerne sehen wollten, also, wäre das schon schade, wenn ich sie jetzt komplett abbrechen müsste. Ich werde versuchen, äh, wieder zu den Stellen jeweils zu spielen, wo das Problem aufgetreten ist, damit ich es wieder ungefähr von derselben Stelle fortsetzen kann. Aber das wird natürlich eine Zeit lang dauern und vor allem jetzt im Moment habe ich da keine Lust zu. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Also, ähm, für unbestimmte Zeit pausiert, sag ich mal. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. Wenn nicht, kann ich mir leider auch nicht helfen. Naja, jedenfalls, zum Teil ist das auch gut, finde ich, weil dann kann ich mich mehr auf Super Mario Galaxy 2 konzentrieren. Das muss ich auch endlich mal weitermachen. Die letzte Aufnahme ist schon ewig her. Ich habe die noch nicht vollständig hochgeladen. Da kommen noch drei Folgen, die ich leider etwas kürzer machen muss, weil damals noch die andere Zeitvorgabe war und ich es leider nicht mehr in zwei Folgen hochkriege, sondern ich muss es in drei kürzere Folgen schneiden. Aber das werdet ihr dann schon noch sehen. Jedenfalls, ähm, es ist schon ein bisschen peinlich. Andere Let's Player sind mit Super Mario Galaxy 2, glaube ich, schon fast fertig. Glaube ich. Ich gucke da ja nicht rein. Ich will es ja blind lassen. Aber ich muss da auf jeden Fall mal wieder weitermachen. So, also, das wäre die eine Sache. Ich muss Zelda Minish Cap und Metroid Fusion pausieren auf unbestimmte Zeit. Und die andere Sache, das schiebe ich bei der Gelegenheit einfach mal dazwischen. Ähm, ich habe mir ein paar Überlegungen gemacht, was, äh, wie denn meine Let's Play, naja, ich will jetzt nicht sagen Karriere, aber, ähm, wie es denn in Zukunft mal auf meinem Kanal aussehen soll. Also, ich habe mir ein paar Spiele überlegt, die ich, ähm, gerne Let's Playen würde. Und, ähm, ich habe jetzt noch keine vollständigen Entscheidungen getroffen. Ich will jetzt auch nicht wirklich ein Voting in der Art machen, aber, ähm, ich würde euch einfach mal sagen, was ich mir so gedacht habe. Und einfach mal eure Meinung dazu hören, was davon würdet ihr gerne sehen und was wäre jetzt nicht so unbedingt notwendig. Also, zum einen habe ich mir gedacht, ähm, also, Metroid Other M würde ich zum Beispiel gerne mal spielen. Sobald es draußen ist, natürlich, weil noch ist es das natürlich nicht, glaube ich. Es sei denn, mir ist jetzt was entgangen, das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Aber, ähm, ich glaube, es ist noch nicht draußen. Äh, jedenfalls, das wäre eine Überlegung wert, finde ich. Dann, äh, was war da noch? Äh, natürlich Zelda Skyward Sword. Der Titel, der jetzt auf der E3 angekündigt wurde. Natürlich, ja, war ja schon vorher bekannt, dass der kommt, aber man wusste nicht, was der für einen Titel haben wird. Jedenfalls, der nächste Zelda-Teil, den würde ich auch ziemlich gerne eigentlich jetzt playen, sobald er draußen ist. Aber das wird natürlich noch ziemlich lange dauern, nächstes Jahr ja erst. Genauso wird nächstes Jahr jetzt rauskommen Portal 2. Das ist sowieso ein Traum von mir. Ich glaube, dass, ich glaube, da, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich das jetzt playen werde. Und, ähm, dann etwas, womit ich eigentlich schon in nächster Zeit anfangen könnte, wenn ihr daran Interesse hättet. Also, dachte ich mir, äh, vielleicht Poké Park Wii, Pikachus großes Abenteuer. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so begehrt, aber hat vielleicht auch seine Fans. Und ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Ich mag Pokémon und dachte mir, das sieht nach einem guten Spiel aus. Und es ist ja auch schon draußen. Ich müsste es mir nur noch kaufen und dann könnte ich es eigentlich displayen. Ja, ähm, ich weiß jetzt noch nicht. Ähm, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon gerne sehen würdet und was vielleicht nicht so. Ich weiß noch nicht, inwiefern, äh, mich eure Kommentare beeinflussen werden in meiner Entscheidung. Aber ich dachte mir, ich lasse euch erstmal einen kleinen Eindruck machen. Wie hab ich den Satz angefangen? Na, egal. Äh, ja, das wär's jetzt erstmal. Tut mir leid wegen den beiden Displays, die ich pausieren muss. Ich weiß nicht, wann ich sie weitermache. Und, ja. Bis zum nächsten Mal.